Grüezi, Entschuldigung, können Sie sich langsam entscheiden, wir schliessen jetzt den. Alles klar, ich bin gerade so weit. Okay, ist gut, danke vielmals. Ah, bevor Sie ihn umbringen. Genau, bevor Sie ihn umbringen. Also, bevor Sie entscheiden, bevor Sie ihn umbringen. Das ist ein paar geil. Ich weiß, aber der hat nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Warrior. Lager mal Warrior. Nimm doch auch was Weisse. Wo hast du dich? Merci. Echt jetzt? Klasse. Was sieht nice aus? Morgen. Sali, Sali, Morgen. Mina? Ja. Haben Sie das eigentlich schon gefragt? Nein. Man, auf was fertig ist denn du? Mach mal, Mann. Hey, gestern. Voll komisch. Ich bin so... Hallo. Sali. Hey. Hey. Hey, my mind. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Das wäre die sportliche Variante. Und das ist der mehr klassische Illegat. Entschuldigung. Wenn Sie sich heute noch nicht entscheiden können, kommen Sie einfach morgen noch mal. Hoi! Kommst du, Enkeli? Wir sind schon viel zu spät. Der Kerl hat auf dem Bett gerecht. Ja. Hoi, mach mal. Die Gendern sind im Fall schon dort. Schau doch nicht. Hey. Noch im Tram. Ja, super. Ich komme von Leidenschaft jetzt nicht mehr. Also, ja, das ist ein Passagieren-Groß und echt sorry. Du bist erschreckend. Es tut mir leid, wegen dem Kino. Alles meine Scheisse. Ist schon okay. Kannst du eine Sehzeit bitte? Alles klar. Das sollte Scheisse. Spinnst du? Du bist eine Freundin. Lerne dich einfach mal entscheiden. Einfach irgendein Whisky. Mit oder ohne Eis? Untertitelung des ZDF, 2020